Hallo meine Freunde und liebe Zuschauer, willkommen zurück zu MyEastLand. Ich bin extra zurückgereist und habe hier aus dem Ton etwas herausgeholt. Ich zeige euch mal mein Inventar. Das habe ich jetzt hier rausgeholt, weil da wo ich zurzeit letztes Mal war, konnte ich gar nicht so viel Rand schaffen. Von daher musste ich hier mit meinem Floß zurückreisen. Praktisch einen Ursprung, wo ich angefangen hatte, um mir die Materialien zu besorgen, die ich hier schon angesammelt hatte in den Troen. Achso, ich mache erst mal die Map auf. Ich muss ein neues Ziel setzen. Ja, ein neues Ziel setzen. Moment mal, wo gehen wir denn hin? Wenn ich mal hier so einen Schnellreisepunkt hier kann man schnell reisen, hier nicht. Ich weiß nicht, es scheint Igel. Was hat dazu bedeuten? Von daraus kann man nicht schnell reisen. Was das zu sagen hat, weiß ich nicht. Es ist eine besondere Markierung. Ja, da sollte man vielleicht, ja, ich weiß nicht, auch mal gucken gehen. Aber wir können ja mal hier eine Schnellreise machen. Mit dem Floß geht es wahrscheinlich nicht, ne? Waren wir mal hier. Waren wir mal hier. Ne? Wie? Moment. 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 Was ist los? Wie ist mir die Karte noch? Ah, bevor die Karte reagiert, dann dauert. Was stand da oben links? Weiß ich jetzt nicht. So, jetzt setze ich da mal einen Punkt. Map zu. Und wo ist der Punkt da? Dann werden wir mal hier durchschippern. Das ist jetzt nicht WASD, das ist jetzt IJKL mit dem Floß oder mit dem Brot verschippern wollen. So, ich hoffe, wir kommen hier durch. Na, was ist denn? Ich fahre doch noch links. Ach, hier ist vorne. Okay. So, hier ist vorne. Na komm. Auf geht's. Wie lange aufhalten, wenn es geht. Im Floß schwebt man ein bisschen über das Land so mit dem Brot strechter. Und Floß schafft dann noch ein bisschen über das flache Wasser zu schweben. Ja, wir haben irgendwann eine kleine Entfernung vor uns, aber ich möchte gerne mal wissen, was das zu bedeuten hat, dieses IJKL. Gibt. Das ist Adler, Isler. Mal gucken wir mal. Interessiert mich auf jeden Fall. Ja, in der Zwischenzeit kann ich halt mal hier meinen Timer anmachen. Jawohl. Ja, wir haben eine ganz schöne Strecke vor uns, würde ich mal sagen. Ja, da kann man unterwegs meine auch. Das ist kein Thema. Wenn man nichts zu tun hat, dann trinken wir mal halt. So, weiter geht's. Ja, bis wir da sind. Ja. Schauen wir mal. Es regnet es stark hier. Mit mittelmäßiger Möllen. Und dann. Die viele sehen wir nicht hier am Wassersprick. Auch keine Wale. Ja, die auch mal in Luft gehen müssen. Da fahren wir reichlich Krokodile und Haie hier. Ja, hier bleiben wir meistens unter Wasser. Ich glaube, die Krokodile, weil mich immer genervt haben, da sind diese Skorpione. Die meisten einen so, die hacken. Vielleicht gucken wir mal hier, ob seine Gesundheit hier, wo das Herz ist oder nichts. Ja. Ja, vielleicht bin ich auf 48 nur noch. Und vorher hatte ich 100 Prozent gehabt. Es gibt noch keinen Ton oder irgendwie was. Das ist eine Reaktion. Wo man sehen könnte, ah, da hat sich jemand gemessen. Oder ich hab's übersehen. Wahrscheinlich war das ganz schnell. Manchmal wird der Bildschirmrand ein bisschen rot. Ganz kurz. Mit rotem Pünktchen. Und dann weiß man, man hat es irgendwie verletzt worden. So, hier sind wir auf jeden Fall da, wo... ...wo muss man bei der Brandkarte auf dem Map markiert werden. Gucken wir doch mal hier. Ziel, Destination. Na, ich weiß nicht, was hier los sein soll. Wo ist das hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Na, ich weiß es nicht. Ich bin aus dem Fels. Der ist hier eigentlich gar nicht. Und das ist hier eigentlich besonderes. Ich frage mich auch. Ist das irgendwie so ein zentraler Punkt oder so? Hier ist auch nicht viel gerade Fläche. Ich sag mal, wo man ein riesen Haus hier bauen könnte oder so. Also, würde ich sagen, wir drücken mal auf die Map. Dann gehen wir auf Schnellreise. Hier ist eine Schatzkiste noch. Ja, hier ist ein See. Auch nicht schlecht. Ja, hier ist Schnellreise. Gehen wir mal da hin. Gehen wir da hin. Natürlich ist unser Boot weg. Unser Invertin. Invertin haben wir noch. Oh, hier sind gleich gefährliche Tiere. Oh, gleich ein Tierhaus. Ja. Tja, wo sind wir jetzt? Da. Gehen wir mal ein bisschen mehr in hier so. Ja, versuchen wir mal hier rüber zu gehen. Weil hinten muss ja ein See sein. Jetzt schauen wir noch mal. Von der Tonne und aber gar nicht. Man kann nicht mehr so's kriegen hier. Gucken wir da rüber. Dann schauen wir mal. Hier rüber, komm. Gehen wir mal ein bisschen schneller. Gucken wir hier hoch? Gucken wir hier hoch? Gucken wir hier hoch? Gucken wir hier hoch? Natürlich nicht. Ist ja klar. Dann kommen wir so schnell nicht hoch. So. Vielleicht hier so? Am See so ein Häuschen wäre noch nicht schlecht, oder? Oh, ich hoffe, du stößt nicht ab jetzt. Könnte auch mal tot sein. Wo sind wir denn hier auf der Web? Ja, das ist gut. Ein bisschen links halten. Ah, ein bisschen steil hier. Meine Güte. Da kommen wir da auch nicht rüber. Moment, da kommen wir doch gar nicht rüber. Nee, da muss man hier irgendwie ganz rumgehen. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal Bambus. Das sehe ich schon. Bambus haben wir hier. Oh, Tiere. Aufpassen. Aufpassen. Ein paar Päumchen. Äh, ja. Also. Ja. Entschuldigung. Ja. Oh, Kroko. Oh, Kroko. Ein Glück hat uns nicht erwischt. Kroko. Ihr läuft uns bestimmt hinterher, oder? Hä, du? Kroko? Ne? Hast du kurze Beine, ne? Hast du keine Ausdauer? Okay. Ich bin genug Essen und Trinken dabei. Wir haben erstmal genug Ausdauer. Wieso muss man so weit rumlaufen, da hinzukommen? Na gut, weiter. So, was haben wir hier gehabt? Bambus. Bambus und Holz. Nicht gerade viel. Flachs haben wir nicht. Was wir aufsammeln könnten. Achso. Die Ausdauer ist wieder weg. Das sieht man links am Balken. Fühlt sich wieder auf, wenn man langsam geht. Ja. Vom Boot ist nichts zu sehen. Wir haben ja Schnellreise gemacht. Ich würde mein Boot da abstellen sollen. Tja. Obwohl man eine Schnellreise macht. Und nicht einfach so. Ich bin ja wieder clever. Ach, da ist doch der See, oder? Oh, das ist doch nur ein Schatten. Da links. Da kommt da kein Mensch drüber. Hier links. Kein Mensch. Da kann da hochkraxeln. So. Da kommt. Da rennt noch ein bisschen. Ich will schon da bauen. Weil ich ja vorhatte ein großes Haus. In den Zufällen mit allen Inventar, was nur geht. Was das Spiel so zu bieten hat. Wenn es geht. Hätte ich gerne noch gemacht. Und dann könnten wir ja. Die nächsten Updates werden. Und uns überraschen lassen, was wir dann noch machen können. Ich meine, wir könnten die Schnellreise nochmal benutzen. Ah, warte mal. Können wir die Schnellreise nicht nochmal benutzen? Ne, hier geht es leider nicht. Muss man rüber laufen. Ja. Und da? Was da? Oder hier? Äh. Gucken wir mal rein. Gucken wir mal. Was ist denn hier los? Na? Puh. Toll. Ich sehe nur Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Ja, wer weiß, was es hier gibt. Na komm, dann gehen wir mal rüber. Lass uns überraschen. Gehen wir mal eine Runde schwimmen. Ah, hier sind Delfine. Na komm, Alter. Komm ran. Ach. Oder waren es Vögel? Ja, Vogel. Ja. Hat so Schwierigkeiten abzuheben, ne? Ah, ne, der ist noch. Oh, der ist noch ein Tiger. Oh, shit. Habe ich gleich in Gefahr begeben hier. Ja, sag mal hier oben gucken hier, wo es schön grün ist. Ich hätte aber gern, ja. Weil es hier gerade eine sonnige Fläche ist. Eine schöne grüne flache Fläche. Wenn es geht, gibt es kein Flux, gar nichts. Ja, was ist denn das hier? Okay, machen wir noch eine Schnellreise. Oh, hier ist ja nun gar nichts los. Gehen wir mal da hin. Machen wir hier. Ja, wir haben ein bisschen Felsen. Da liegen auch Tiere. Gott, wie weit muss man denn hier laufen oder rennen, damit man hier was abbauen kann? Wenn, dann brauchen wir auch ein paar Rohstoffe, nicht? Bambus oder so. Ist ja nicht gesagt, dass ich alles genug da mit dabei habe, um etwas aufzustellen. zu bauen. Ja, toll. Sehen wir wieder auf die Map. Wir weisen mal da hin. So. Wie sieht es aus? Schöner Baum hier oben. Nicht schlecht. Man sieht auch nichts. Ah, unten schöne Pferde und so. Ja, gefällt mir schon mal. Pferde kann man ja zählen. Vögel, die in der Luft stehen. Hier gibt es auch Flax. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, da gefällt mir das schon mal. So, da könnte mir gefallen. Gerade weil unten Pferde sind. Pferde kann man zureiten. Und daher passt das schon. So, ich brauche nur eine große Fläche. Ich will ja auch ein großes Häuschen bauen. Sind wir weit weg vom Wasser? Oh ja. Ziemlich weit weg, ne? Aber wir haben ja später ein Pferd, ne? Moment, wo ist das Wasser? Wasser wäre dann hinter uns. Wasser wäre hinter uns? Ja, hinter uns. Da hinten. Ah, egal. So. Na gut. Hier kann man schon einen Baum sehen. Wir sind keine gefährlichen Tierchen oder so. Flax ohne Ende. Schafgaben, alles da. Wir haben Felsen, wir haben Holz. Gut. Dann würde ich sagen, ich fange mal an zu bauen, oder? Aber man fragt sich jetzt genau, wo? Wo bauen wir denn? Wo bauen wir was hin? Da hinten ist doch ein Raubtier, oder? Am besten, wo nur Wiese ist oder so. Ich wollte gerade sagen, wir wären Raubtiere oder so. Ja, hier so, ne? So, dann gucken wir mal. Was können wir jetzt bauen? Wir bauen mal was eigenes. Ja? Und nicht irgendwie was fertiges da. So wie hier die Holzhütte, das Steinhaus. Nein, wir machen jetzt was eigenes. Jetzt habe ich ja den Bambus mitgenommen. 10 Bambus für Holzfeld. Okay. Ich weiß nicht, wie groß der Boden sein soll. Wo alles drauf passt. Ich denke mal, wir brauchen bestimmt 6 mal... 6 mal 5 würde ich sagen. 30. 30 Stück davon, ob das mal klappt. 30 mal 10 wären 3. Moment mal. Was habe ich gesagt? 30? 300. Haben wir auch Bambus hier auf der Insel? Weiß ich jetzt gar nicht. Machen wir erst mal 12. 12 machen wir erst mal. Bambus. Habe ich doch gesehen gehabt, oder? Oder äh... Zeug ich mich mal wieder. Ja, wenn hier kein Bambus ist, dann stehe ich ja um den Schlauch nachher. Gut, machen wir erst mal so 12 Stück. 12. Wir brauchen einen Eingang. Einen Eingang brauchen wir. Einen Eingang brauchen wir. Äh... Wende. Zwölf Stück. Dreimal vier. Brauchen wir auch so. Auch so. oder warum es geht es langsam weg hauptsache ich habe erstmal den boden die eingang so wand mit fenster ist habe ich so viel wende gemacht man kann nur hier und rechtsblick kann man weg machen klar hätte ich gerne mit wende wenn er mit fenster ohne fenster ist ein licht in der dachtteile sind ja nicht die zwei wände oder eine wand wahrscheinlich eine wurde da muss man später gucken okay machen wir erst mal das erst mal die grundform wird an der homo seite später bank tischstuhl großes bett 20 stoff 20 stoff das wird kompliziert das wird für steine habe ich auch mitgenommen waschbecken badewanne bombe alles ein alles einbauen so viel stoff ja aber hier das geht schon ich habe holzscheide mitgenommen was eben ob er aufstellen können so was haben wir denn schon ach warum ich schon voll nein so als guck mal her immer fünf stück hier auf 54 essen trinken geht noch dann müssen wir langsam aufbauen hier wo sie die pferde ok dann bauen wir mal auf einmal die fünf also ich brauche mal einen hammer oder wie sieht es aus weiß ich jetzt nicht geht nicht will er nicht kann ich nicht bauen warum nicht wieso kann ich hier nicht bauen nehmen wir mal die 1 der bringt doch nichts haben wir wieder weg muss ja im baum können immer die 6 ja macht ja auch nicht sehr erstaunlich oder ich will vater mit dem boden boden oder deckel ja wissen wir den boden hier muss ich irgendwie anders rein suchen wieso krieg ich damit muss ich noch flacher sein oder wie ist das wieso kann ich hier nicht bauen oder f wie war das noch Moment äh hammer hammer f f f also geht das mit f holzboden wieso aus holz ich habe doch hier bambus hier steht nur holzscheide holzboden hier ist nichts mit holzboden hier so ich glaube ich kriege eine krise ich will hier bauen ja das stimmt hier nicht was platzieren aktiviert auch leute so geht das denn nicht muss ich irgendwie bauen können da wurde manchmal hier ich mal hier auf speichern die auch fortsetzen wieso kann ich hier nicht platzieren gebraucht wieso denn gebraucht wieso wird er gebraucht verstehe ich nicht was stimmt denn nicht was stimmt denn nicht freunde ich bin etwas überfragt na soll ich erst mal flach sein wieder fertig häuser bauen ich weiß nicht wollte ich eigentlich nicht oder muss auch selber was bauen oder geht er nur am strand am sandstrand oder so kann ja auch sein am sandstrand oh kroko ja das soll jetzt einer verstehen wie wie baue ich jetzt mehr taste x taste oder pferdchen euch hätte ich ja gerne ein von euch hätte ich ja gerne warte mal geht halt überhaupt warte mal kann ich überhaupt einen dressieren ach was das denn ich komm weg so zum 10 20 kerotten einen sattel einen sattel hab ich nicht kerotten hab ich 20 ich hab noch keinen sattel kann ich überhaupt einen sattel herstellen sattel bitteschön ein sattel fünf seile fünf stoff fünf seile fünf stoff so dann schauen wir mal stoff flachs ok flachs kriegen wir hin drei stück seile kriegen wir auch noch hin ja flachs haben wir ja noch ein glück vier vier seile müsste gleich klappen und gleich wird es klappen wenn die sekunden vorbei sind nehmen wir hier so einen schwarzen hengst oder nehmen wir einen weißen hengst oder oder mal braun braun braunes pferd hat man schon ne gleich zum weißen ne so gucken wir mal äh zum zählen ja ok äh achso drücke eh nein ich muss einen sattel bauen moment ein sattel so jetzt geht das so was 20 sekunden na gut da warten wir 20 sekunden auch noch da können wir ein bisschen flachs einsammeln wieso kann ich nicht bauen ich bin echt überfragt jetzt Leute wenn einer tipp ab sagt mir bescheid am strand geht das alles warum nicht auf die wiese muss doch gehen überall eigentlich oder fertig haus geht eigentlich immer oder ich kann ja mal testen ob das gehen würde aber ja dann ist mein material weg ne ich würde gerne mal so eine plattform bauen alles das mit rein bauen auch oder drauf bauen und das spiel so zu bieten so fertig so komm her nehmann weißes wert komm her komm her komm her komm her komm her zack wo gehen wir hin machen wir Richtung Wasser Richtung Strand so wir halb links na komm her halb links komm da laufen will ich jetzt nicht das dauert ja eine ewigkeit wir sind doch richtig unterwegs oder ja 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 komm mal leider ja mein zweier Freund bringt mich da schon hin kann nicht sein dass ich nur am strand bauen kann werden wir gleich feststellen ja das wäre das wirklich ein Ding ja 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 nun wir haben ja ein Pferd wir können ja schon reiten ja ja es ist ja schon ein Platz ja hier kann man schon mal großes hinbauen haben wir da was haben wir da ja 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 ob die freundlich gesinnt sind wissen wir nicht essen trinken müssen wir auch gleich mal ein bisschen wenn willst du denn schwankchen ja ja so wie sieht es jetzt aus es ist nichts wieso kann ich nicht bauen es geht doch wohnen oder decke oder aber verschiedene böden her wieso geht das nicht oder decke gleich hat man so machen weil lassen fallen lassen ich habe ihn davon hier wird was wir bauen geht nicht kommen jetzt hier ehrlich machen doch nicht fertig ist mit der wende hier wieso soll ich erst die wende machen gucken wer überhaupt macht gar nichts machte hier nix nix machte wir teilen fallen lassen fallen lassen ja das bringt er nur auch nicht ne ey leute was mache ich denn hier falsch x ne ja auch nicht den ballhammer nehmen ich verstehe das nicht bauhammer x x ist es nicht ja ist nicht wo war nochmal die anleitung toll wo war denn noch die anleitung Irgendwas stimmt doch hier nicht. So, hier tue ich mal operieren. Wieso klappt das nicht? Gute Frage. Wieso klappt das nicht? Wie war das mit mit der Info? Ich weiß da nicht mehr genau. Die Map bringt mir gar nichts. Gibt's doch nicht. Wenn ich jetzt ein Fertighaus bauen würde oder möchte... Ach, jetzt geht das noch nicht mal mehr. Aha. Na gut, da muss ich halt... Tja. Gehen wir mal und speichern, weil ich habe das Pferd hier. Hier passiert ja nicht. Dann gehen wir mal raus, beenden. Bestätigen. Und gehen noch mal rein. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Irgendwie war... Irgendwie war... im Back oder was. So. Die beiden sind raus. Komischerweise. Okay. Machen wir mal rein. Gehen wir mal auf die 5. Auf. Wieso? Wieso will der nicht? Stammt. Immer das da. Was ist denn, wenn wir jetzt wieder ein Fertighaus bauen wollen? Bammushaus haben wir noch nicht gebaut. Nee, das fehlen mir auch. Weil ich ja hierfür... so viel Bammus ausgegeben habe... Fehlt mir das natürlich hier. So viele Steine habe ich nicht. Holzhaus. Klicke ich mal an. Schade, ich wollte da selber was bauen. Wieso funktioniert das nicht? Hammer. Ich bin schwer enttäuscht. Ach man, auch der Tiger. Der guckt den auch schon an hier. Der wird dann gleich auffressen. Hey Tiger, lass mich in Ruhe, ja? Ich spür dir. Was steht denn hier rechts? F plus H. F plus Hammer. Kann man bauen. F plus Hammer. Hammer ich schon in der Hand? F. Aber das ist doch hier alles aus Holz. Und nicht aus Bammus. Holzfundament. Klicke ich mal an. Na toll. Ich will es aber nicht aus Holz haben. X ist auf, werden zerstören. Gebäude drehen ist irgendwas. Okay. Oh Mann. Da brauche ich ja eine Menge, jede Menge Holz zu schlagen, ne? Ja. Bedankt. Wieso denn? Wieso muss ich jetzt alles aus Holz machen? So viel Holz habe ich ja noch auch nicht. Und dann passt das doch nicht mal hier. Was ist denn los? Was steht denn hier? Wegen Bambus? Klappt das jetzt mit dem Bambus? Nee. Toll. Komm mal her. So. Kann ich damit machen? Würdest du fallen lassen? Ja. Toll. Das ist nicht so gut. Nein. Das ist gar nicht gut. So. Die 1. F. Fundament. Habe ich denn überhaupt noch Holz? Ja. Holz haben wir noch ein bisschen. Wieso ist das hier rot? Wieso ist das denn hier rot, Leute? Ich will doch bauen. Kann man das wegnehmen hier? Na, ist egal. Kann doch ein Terrasse noch. Komm her. Alles aus Holz. Nebenwann habe ich kein Holz mehr. Wo sind die Bäume? Da habe ich genug Bambus. Da sehe ich es schon. Ja, zu den Bäumen habe ich wieder einen kleinen, leichten Weg. Na ja. Ob hier alles reinpasst, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Komm, machen wir hier noch ein bisschen Holz. Ich denke, das reicht erstmal, oder? So. Holzbände. F. Was haben wir hier? Holzbände. Gibt es noch mit Fenster? Türrahmen. Fensterrahmen. Okay. Machen wir mal zwei Türen oder eine Tür. Erstmal hier so. Fenster. 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 Ja, mit Fenster sind wir besser, oder? Gut, dass die Tiere... Was? Kommt da jemand? Nicht, dass die Tiere hier hochspringen. Ah, ich habe es geahnt. Scheiße. Du, du Mistvieh. Du Mistvieh. Wo ist meine Machete? Hier. Willst du mich ärgern, oder was? Scheiße. Ach, kacke. Mist. Du Mistvieh. Komm her. Komm her, ich mache aus dir ein paar Würstchen. Du bist ganz schön aggressiv, du. Mach mich fertig hier. Ich glaube es nicht. Meine Gesundheit geht so lange. Ach, Fleisch kriege ich da ganz schön raus hier aus dem kleinen Schwitzschwein. Ist gut. Aufstehen wieder. Mach dann hausfertig hier. Komm, mach weiter hier. Ein auf Zimmermann. Warte mal. Ja, Eingänge. Ja. Ruf. Ähm. Hammer. F. F. Türrahmen. Äh, ich würde sagen, einmal da. Einmal hier. Und. Ist egal. Hör mal hier. So. So, jetzt mit Fenster, bitte. Bitte, wenn es geht. Mit Fenster. So, komm her. Vorher wieder so ein Wildschwein kommt. So. Ich traurig nicht so viel Holz ab hier. So, wie viel haben wir denn noch? Oh, 55 nur noch. 55 Holz. Das war's dann, ne? Mit dem Holz. Ja. Hammer weg. Zumindest kann so schnell schon mal keiner rein. Hammer irgendwie. Hammer. Und, äh, was haben wir ja noch? Holzfundament. Holztreppe. Brauche ich eine Treppe? Brauche ich eine Treppe? 5, 5 Holzscheibe. Holztreppenfundament. Kann das Rampe vom Boden neben dem Fundamenten platziert werden? Ach so, als Rampe. Okay. Ja, Rampe oder Treppe, ne? Ja, lass mal gucken. Ja, brauche ich wirklich eine Treppe? Kann doch rein springen, ne? Naja, gut. Wenn ich eine Rampe baue, kommen die Tiere auch besser rein, ne? Oder wie ist das? Okay, machen wir mal eine Rampe, ja? Wie sieht denn das aus? Wie sieht das aus? Äh, was? Ja, mit ihr kann man noch drehen, oder? Äh, so will ich das aber nicht haben. Okay, machen wir ein anderes. Machen wir mal eine. U-förmige Treppe? Was ist das denn? Ne, passt hier nicht, ne? Holztreppe. Oh, nicht. Ach so, für innen. Ah, kann man später nach oben gehen und so. Okay. Kann man auch ein Dachgeschoss drauf bauen. Fundament, ja. Wieso gehst du denn nicht hier? Wieso dran? Ah, hier? Ah, hier geht das, oder wie? Hier scheint das zu gehen, ne? So, zack. Ja, hier geht's. Da nicht? Toll. So, dann machen wir mal hier, äh, auch. Komisch, hier geht's auch. Da muss ja da hier auch gehen. Komm her. Ne, macht er nicht. Macht er nicht. Da nicht. Da macht er nicht. Ja, kann ich entfernen, oder so? Nächste Seite. Was? Nächste Seite? Holzrempe, Holzfenster. Ach, Fenster gibt's auch. Holztüren. Holztür. Ne, im Moment brauchen wir keine Holztüren. Ne, wir haben eh kaum noch Holz, ne? Richtig. Äh, 45 Holz haben wir aber noch. Ja. Ja. Ja, aus meinem warmes Haus weht ja nichts. Aber egal. Äh, Holz haben wir ja. Erstmal. Ja. Was machen wir denn hier? Waschbecken machen wir. Ja, eine Wanne machen wir. Eine Toilette machen wir. Äh, ja. Ja, ein Essensstuhl. Ein Frank. An diesem Holz habe ich doch gar nicht. So, da muss ich erstmal Holz holen. Zack. Wir gehen Holz holen. Wie, wo, wo, wie ich hab, äh, wo kommt man anderes Pferd denn her? Komisch. Ja. So, wir müssen Holz schlagen. Komm, wir gehen rein, wo Bäume sind. Wir brauchen Holz. Gebt keine Bambooshütten. Will auch nicht. Kapsteigen. Hax raus. Immer drauf haben hier. Sehr gut. Mein Pferd kann ich ja rufen. Mal noch Rufzeichen nochmal. Oh, ich hab noch Rufzeichen wieder vergessen. Das ist auch wieder super. Rufzeichen. Ah, komm, hau drauf. Mal noch Rufzeichen. So, erstmal hier. Wollen wir bearbeiten. So, bevor man mal am Kopf fällt, müssen wir die mal mitten hin. Schon mal einstecken. was mache ich jetzt später mit dem hier ich versuche vielleicht kriegt dann noch aus warum das nicht funktioniert auf platz haben wir ja okay wir müssen die möbel geht nicht weiter mal hier brauchen alles das haben wir noch ja wenn er mit bambus nicht geht muss man vielleicht mal eine tue bauen die bambus-elemente mit ein und da muss ich mal mit schlau machen wie man das einsetzt so zack alles gesammelt die nicht die haben wir nicht gesammelt wo ist mein pferd und da ist mein haus eh was suchen die da eh du ah Mist der hat mich gebissen lauf forrest lauf verdammt achse aus der hand wo ist mein pferd wie kann ich mein pferd denn wieder rufen da muss ich mir unbedingt mal notieren ja alter steinbock was hast du denn hier gehörst du nicht in die berge ach ah man meine ausdauer geht zu neige ein glück habe ich ja zwei pferde ein weißes und ein braunes und der rechts da gehört aber nicht dazu mal wieder so ein raubtier dann kommt man wie kann ich den rufen mit G nein 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 mit G nicht äh wo war das IK nein auch nicht verdammt ich kann mein pferd nochmal rufen mit V ja mit V bist du da eh wo bist du ach nee mein Hündchen ist ja da guck mal mein Hündchen mein Hündchen komm her ich nehme mich mit so komm her kommst du mit so gefährlich hier draußen mein Hündchen geht doch wohl nicht hier kann gut mich alleine lassen hier so München so ja na gut äh Hundi so was haben wir denn hier äh was mehr Holz haben wir nicht wirklich nicht ach so wir haben ja schon einiges ne ja so tu mal hier hier haben wir einen Schrank einen Schrank haben wir noch gemacht äh Stuhl also erstmal mein Essen oh Moment mal wir haben Hunger und Durst ne ja erstmal mit Essen so so auf die 5 lassen wir mal Essen ja jawohl wie ich verliere Gesundheit ich verliere Gesundheit wenn ich Fleisch esse achso ich darf nur gebratenes Fleisch oder so essen ne rohes Fleisch darf ich gar nicht essen ach du meine Güte wir kommen also Gesundheit ok ich habe ja ein paar Mullbinden gemacht also rohes Fleisch würde ich abbraten da ist nix äh mit gesund da brauche ich ja Gesundheit ab also kein rohes Fleisch Leute wenn dann das hier hier äh ja gebratenes Fleisch äh hier hier nämlich hier durch kriege ich Gesundheit so so dann habe ich Gesundheit jetzt nehme ich mal hier das gebratene Fleisch andere kommen weg so dann haben wir unser gebratene Fleisch rein äh verdienen wir auch keine Gesundheit sehr gut so Fleisch kommt wieder weg so äh ich habe gesagt weg achso geht nur wenn man wieder weg ausschaltet ja dann brauche ich immer noch eine Kochstelle ne oder eine Bratstelle ok ja ich brauche eine kleine Kiste ich muss unbedingt äh hier das loswerden hier gut dann werden wir mal gucken kleine Kiste hier eine kleine Kiste kostet eine große Eisenbahn haben wir auch genug eine kleine eine große nämlich kleine als Futterkiste und die große und es hier mit wieso ging das nicht mit dem ja geht das jetzt nein geht nicht wieso geht das nicht die Rampe hier oder ne macht er nicht dann würde ich ja nächstens das abbauen geht das überhaupt nächste Seite äh Tür Fenster Grundstück Markierung Achso kann ich sagen hier ich brauche ein Schild auf ich bin Eigentümer jawohl so Türrahmen Kohlz Apon geht hier mit nicht ne das geht nicht was ist mit der X-Taste X ja hier zerstören ich brauche die Tür nicht dann brauchen wir hier nochmal Fenster rein mit Holz ist gut reicht achso hammer weg ne Wufi ja alles gut so zwei Enkel reichen ja auch so was ist jetzt hier ich wollte hier auch bauen was ist denn hier mit achso die Kisten erst mal ja nimm mal die fünf guter Kiste wo tun wir die hin na klar drück neben Eingang eigentlich in der Küche oder ist egal einfach neben Eingang spielt keine Rolle sechs äh sechs guck mal hier na komm schon mach für dich da boah ne ich weiß nicht das muss gleich nochmal zack komm her wobei mit dir schiff das linke Maustaste schieb mir da rüber schieb mir da rüber linke Maustaste ja wo tun wir denn hier na gut Wammut brauchen wir jetzt auch nicht ne so ein Bett haben wir ein Schuh haben wir da ach da kommen wir da hin da Axt tun wir da hin kann es auch hier oben hin tun ja dann machen wir das Toilette mal verspicken die Wanne haben wir alles schon Holz kommt man da hin ziegel brauchen wir jetzt auch nicht kann man weg so viel Eisenbachen brauchen wir auch nicht Steine können wir auch mal weg tun ja machen wir so Fleisch Fleisch Essen Ton Ton kommt man auch erstmal weg tun von Peter und das und Kohle weg Eisenherz weg noch richtig was mit Essen zu tun na der Schwank kommt Silber Ok also Flachs brauchen wir jetzt auch nicht da kommt auch Müller Essen 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 So Flachs Essen So Flachs dann gehen wir mal in die kleine Kiste zu unserem Essen ein Wasser Wasser Spender und so Trinken Pfanne und Klo und Klo hört sich an wie Badezimmer Wett 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 hier hin und Stuhl Mal sehen So Wo machen wir unser Badezimmer hin? Wir kommen hier rein Badezimmer hier Hier links könnte die Küche sein Schlafzimmer 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 Könnte da sein oder links sein? Es sei nicht egal Wagenzimmer Das könnte man vielleicht hier so hin machen Wie groß ist das denn eigentlich? Das ist jetzt hier die Pfanne Äh Da ist sie mit drehen Gedanke Na gut Komm her Gedanke So Badewanne Hier vom Fenster Zack Schöne Badewanne Wunderbar Super Da ist doch hier so Wann doch hier Wann doch hier Wann doch hier Spüle ne? Was war denn das noch? Maschbeck Ja gut Wo ist denn vorne wo es hier Ja Das passt man jetzt auch nicht so genau Wahrscheinlich baue ich ja wieder falsch Wahrscheinlich baue ich ja wieder falsch Ich glaube das ist So ne? Glaube ich etwas Das muss so Machen wir mal so Waschbecken Ja Glück gehabt Waschbecken Das machen wir Klo Ja komm Das kleine Klöchen Wieso kann ich ja nicht drehen? Brauche ich einen Hammer wieder? Komm mal Irgendwann Ein Hammer So Hammer in der Hand Ne Hammer Ne Bringt ja auch nix Hammer in der Hand Bringt ja auch nix Ne Ne Das bringt nix Das tut's nicht Weg damit Mann Hammer weg Was denn? Achso Na ja Ich muss dann erst Erst deaktivieren Was denn mit dem Klo noch? Klo? Äh Ja Na gut komm her Komm her Komm her Mann Uuuuh Das tut auch nix Ach Ach Heute Ein Klo muss ja nicht unbedingt an der Wand sein Aber trotzdem Irgendwie geht er noch zum Drehen Weiß ich doch Dreh mal immer Dreh mal immer R-Taste Dreh mal immer R-Taste Aber will er nicht Da hinstellen Bin ich denn jetzt zurück? Das brauche ich doch denn nochmal Vielleicht hab wohl nix verändern Was? Komm her Aufhegen und ablegen Aufheben 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 Nicht den Hund Ach Nicht den Hund Ich mein doch hier Hier So Was ist denn das hier? Wie ein Hammer geht das wieder nicht X-Taste X-Taste Ja Hebe das Bauteil Hebe das Bauteil Ja Zerstören Nein Heben Zerstören bin ich doch nicht Ja Ja Und wieder Das selbe Problem hier mit dem Hammer Doch Wo ist das denn? Na ist das Ah ist das Knoteil Oh Mann Ich bin doch nicht so scheißen Äh Bei einem Aufheben gehen Komm jetzt hier Ja dann ebenso Ja geht ja auch Wenn man hier drauf sitzt Dann haben wir alles hier im Blick Wer gerade badet oder sich Hände wischen Okay So ein Bettchen Ein Bett brauchen wir ja auch Ne Ja Natürlich brauchen wir ein Bett So Ein Bett Na gut Komm her Dann tun wir das Bett hier hin So Zack Am Name des Betts Ja Na gut Dann legen wir noch ein Name fest Äh Hehe Äh 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 Zwietart Hehehe Oder? Haha Wer weiß So Und was haben wir noch? Ein Stuhl 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 passt zum Tisch Und tun wir mal Stuhl und Tisch schon später hin Die Schränke müssen auch irgendwo hin, ne? Ja Stuhl und Tisch Dann machen wir hier so Einfach mal so ein Stuhl hier dran Zack Das ist der Schrank Wie sieht der aus? Wo ist vorne, wo ist hinten? Kann man gar nicht Kann man gar nicht genau sehen Naja Kann man noch raten Wahrscheinlich so, oder? Komm her So als herkommen So Schrank dahin Und Glück gehabt Passt So Was haben wir denn noch? Esstisch Machen wir zweimal Stoff 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 Einmal Zweimal Ein Glück haben wir noch Flaxse Komm wir machen gleich mehr Stoff brauchen wir immer, ne? Komm mal Komm mal Mal gleich zehn Stück So Stoff haben wir Weinen Weinen Kriegen wir jetzt nicht Mais Kann man jetzt nicht anbauen Holz Kohle Ja Brotscheide Haben wir ja noch Brauchen wir nicht zwingend Später erst Wenn wir wieder auf die Jagd gehen Was haben wir hier? Brot Korb Auf den Korb braucht man Bambus Ja Können wir später am Tisch stellen Ja Machen wir mal eine Holzschüssel Ja Machen wir einfach Eine Bank haben wir noch gar nicht, ne? Ne Machen wir noch eine Bank Ö Äh Was macht Tisch Hab ich den Tisch gemacht Komm Mach noch einen Tisch Stoff brauche ich ja reichlich Ich brauche ja noch ein großes Großes Bett Es haben ein kleines Bett hingestellt Ja Brauchen wir dann hier Hier war es ein Kabinett Ja Den großen Schrank Großen Schrank machen wir auch noch Stoff Na klar Schönes Sofa Ganz bequem 30 Stoff Brauche ich aber Richtig viel, ne? Dann, äh Klar Dann werden wir noch richtig Stoff geben hier Ja Wir haben ja genug hiervon Ja Muss ich hier noch ein bisschen Flax rausholen hier Aus meiner Truhe Komm her Flax rausholen Hier Flax, ne? Hohlen wir reichlich raus Mammus brauchen wir auch noch Wie viel, weiß ich ja gar nicht mehr So, zack Ja, guck mal nochmal Stoff Na, mach weiter Macht er nicht Komm Eigentlich hier Mach Stoff Gib Stoff Gib Gummi So So Den Schrank haben wir Haben wir schon mal Was haben wir hier? Was? Was haben wir hier? Ne? Einfach Einfach Okay Einfacher Ohne Bank Okay Gut Eine Bank Terrasse haben wir gar nicht, ne? Ne Ja Macht ja nichts Dann haben wir halt keine Terrasse So So Einfache Bank Okay Drei Da sind wir eine kleine Bank, ne? Egal Die Bank Naja Okay So Na Wenn man Gäste hat, können sie hier gleich Hinsetzen Das mit der 2 Oh, hier ist schon größer Ein bisschen Ja, ich würde sagen Hier Hier ist der Stuhl Dann werden wir mal So So ausrichten Und die 1 Da ist ein schöner, großer Wohnzimmerschrank Ja Ein schöner, großer Schrank Tja Hier So Warum nicht, ne? Warum nicht hier? Ein schöner, großer Schrank Ja Genau Falschrum Ah Oh Mann Oh Mann Oh Mann Falschrum Wieder Nein Oh, wie war denn das jetzt nochmal? X X-Taste X Nein Mann Hammer 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 Wieder 1 So X-Taste Äh Aufnehmen Ja So So Dann wieder hier Hammer weg 2 2 raus Kriege ich doch gar nicht umgedreht Ist doch wieder Blöd Blödsinn Ehrlich Kriege doch wieder nicht umgedreht Wieso für Scheiße Ja Kommt schon Viel zu spät Ein bisschen schräg reinstellen Vielleicht hier so als Trennwand Trennwand vorm Bett Das geht auch, ne? Na klar, so als Trennwand So Ja Geht auch Ne? Ja Wollen wir wieder Hammer nehmen Ne? Komm her Kommst du jetzt her X-Taste Wieder aufnehmen Okay Hammer weg Zack Schrank nach unten Schrank nach unten Schrank nach unten Und äh Ja Wie war das denn bei dem? Gehen Müsst du irgendwie gehen? Ist der Stuhl im Weg, ne? Na klar Oh man So Machen wir so Wie sieht's aus? Ja Ja Fenster fast abgedeckt, aber Ist okay Lass mal so stehen Jo Ein bisschen haben wir schon stehen Ich würde sagen Beim nächsten Mal Können wir zusehen, dass wir hier noch Ein bisschen dran arbeiten noch Wir wollen ja Alle Alles haben Alle Extras hier Die es so gibt Mit einbauen Kleiner Blumentopf hier Wie auch immer Die Schalen Wir wollen noch einiges andere Mal gucken Wie wir das alles so schön unterkriegen Und Schöne Kleine Wunderbare Hütte bauen Weiß nicht was ich machen soll Hier erstmal noch weiter So Schau mal wie es von draußen ausschaut Ehrliche landschaft Ja Ehrliche landschaft, oder? Ist doch nicht ehrlich Ich find's schon Na gut Das Haus hat noch Von außen Natürlich nur vier Seiten Keine Terrasse Keine richten Form Keine Palmen Und so weiter Außenrum Keine Beete Oh der Tiger Nee Ich geh lieber rein Ich glaub ich geh lieber rein Ist sicher Ich denke schon Ja Ich weiß auch nicht Ich geh lieber rein Vielleicht soll ich Noch eine Tür bauen Wenn keiner reinkommt Oder so Ah das mach ich später Weil ich noch nicht weiß Ob die Tür dann wirklich aufgehen Dann bin ich gefangen In meinem eigenen Haus Da muss noch einige Teile abbreißen So Freunde Ich bedanke mich bei euch für die Zuschauer Heute war es noch ein bisschen stolperig Ich würde mich freuen Wenn ihr am nächsten Mal wieder mit dabei seid Bis dahin wünsche ich euch alles Gute Bleibt gesund Euer Ernest Rotter Bis dahin Tschüss